Puschel und Yuki, ein ungleiches Duo auf Abenteuern in einer fantastischen Welt. In einer Welt voller Wunder und Geheimnisse leben die schwarze Katze Puschel und der weiße Kater Yuki. Puschel, ein quirliger Wirbelwind voller Energie und Neugier, stammt von einem Bauernhof und besitzt eine wilde Seele. Ihre flinken Pfoten tragen sie durch jedes Abenteuer, und ihr scharfer Verstand löst selbst die kniffligsten Rätsel. Yuki hingegen, ein gemütlicher Träumer, ist der Sohn hochgezüchteter Stadtkatzen. Seine Stärke ist legendär, doch er zeigt sie nur in Notfällen. Seine Neugierde wird oft durch seinen Hang zur Bequemlichkeit gebremst, doch Puschels Abenteuerlust lockt ihn immer wieder aus seiner Komfortzone. Gemeinsam bilden die beiden ein unschlagbares Team. Puschels Tatkraft und Yukis Stärke ergänzen sich perfekt und ermöglichen ihnen, die unglaublichsten Abenteuer zu erleben. Sie haben bereits Zombies besiegt, Monster abgewehrt und Geheimnisse gelüftet. Ihre Abenteuer führen sie an die unterschiedlichsten Orte, vom Mittelpunkt der Erde bis in die Tiefen des Dschungels. Unterwegs treffen sie auf verschiedene Tiergefährten, die ihre Reise bereichern und manchmal auch Herausforderungen mit sich bringen. Rüdiger, der sportliche Mops Rüdiger ist ein zuverlässiger Begleiter, der Puschel und Yuki oft tatkräftig unterstützt. Seine sportliche Art und sein fröhliches Gemüt ergänzen das Duo perfekt. Allerdings kann Rüdiger auch eigenwillig sein und seine eigenen Interessen verfolgen. Manchmal hält er sich neutral und mischt sich nicht in die Angelegenheiten der Katzen ein. Die rot-weiße Nachbarkatze Die rot-weiße Nachbarkatze ist ein komplexer Charakter. Sie ist Puschel und Yuki gegenüber oft feindselig und misstrauisch. Ihre aggressive Art kann zu Konflikten führen, doch in Momenten der Gefahr zeigt sie manchmal eine unerwartete Seite. Wenn die Nachbarschaft von unheimlichen Mächten bedroht wird, kann es sein, dass sie sich mit Puschel und Yuki zusammenschließt, um gegen das Böse zu kämpfen. Mr. Fletcher, der deutsche Schäferhund Mr. Fletcher ist ein treuer Hund, der seinen Besitzern bedingungslos ergeben ist. Seine Loyalität gegenüber Menschen lässt ihn manchmal zurückhaltend gegenüber Katzen sein. Dennoch ist er ein anständiger und edler Charakter, der in Notfällen seinen Mut beweist. Seine ungestüme Art kann allerdings manchmal zu Missverständnissen führen. Zusammenarbeit und Freundschaft Trotz ihrer unterschiedlichen Persönlichkeiten lernen Puschel und Yuki, mit ihren tierischen Gefährten zusammenzuarbeiten und Freundschaften zu schließen. Sie erkennen, dass ihre verschiedenen Stärken und Schwächen sich ergänzen und sie gemeinsam Großes erreichen können. Ihre Abenteuer zeigen, dass wahre Freundschaft keine Grenzen kennt und selbst zwischen den unterschiedlichsten Wesen möglich ist. Yukis direkte und laute Art zu miauen ist ein weiteres Markenzeichen des ungleichen Duos. Im Gegensatz zu den meisten Katzen, die eher zurückhaltend miauen, scheut sich Yuki nicht, seine Stimme zu erheben. Mit lautem miauen fordert er Aufmerksamkeit, bittet um Futter oder drückt einfach seine Freude aus. Seine direkte Art kann manchmal etwas gewöhnungsbedürftig sein, aber sie ist auch erfrischend ehrlich und unterhaltsam. Yukis miauen ist ein fester Bestandteil seiner Persönlichkeit und trägt zur Dynamik des Duos bei. Yukis nächtliche Fressgelüste Während die meisten Katzen tagsüber aktiv sind und nachts schlafen, hat Yuki einen eher untypischen Schlafrhythmus. Er ist tagsüber oft müde und döst. Nachts hingegen erwacht Yukis Energie. Yuki. Seine nächtlichen Fressgelüste sind ein Rätsel für seine Besitzer, aber sie haben sich mittlerweile daran gewöhnt und sorgen dafür, dass Yuki auch nachts etwas zu essen bekommt. Puschel, die schwarze Katze, ist ein Energiebündel voller Spielfreude. Ihre flinken Pfoten tragen sie durch jedes Abenteuer und ihr scharfer Verstand lässt sie selbst die schwierigsten Herausforderungen meistern. Ob im Garten oder in der Wohnung, Puschel jagt allem hinterher, was ihren Jagdtreib gefeuert. Blätter, Insekten oder sogar kleine Spielzeuge – nichts entgeht ihrer Aufmerksamkeit. Ihre wilde Natur und ihr ausgeprägter Jagdinstinkt sind untrennbar mit ihrer Persönlichkeit verbunden. Manchmal jedoch stößt Puschel auf Dinge, die ihr Angst einflößen. Mehr Roboter, die durch den Garten soren, können ihr zunächst Furcht einjagen. Ihre flinken Pfoten erstarren, und ihr sonst so selbstbewusstes Auftreten weicht einem Moment der Unsicherheit. Doch Puschel lässt sich nicht lange unterkriegen. In solchen Situationen erinnert sie sich an ihre vergangenen Abenteuer. Sie denkt an die unheimlichen Monster, denen sie bereits begegnet ist, und an die gefährlichen Situationen, die sie gemeistert hat. Ihr Mut kehrt zurück, und sie stellt sich ihren Ängsten entgegen. Mit erhobenem Kopf und funkelnden Augen erkundet sie die unbekannten Objekte und lernt, dass nicht alles, was anders ist, auch gefährlich sein muss. Ihre Fähigkeit, ihre Ängste zu überwinden, zeigt ihre Stärke und ihren Mut. Puschel lernt durch ihre Erfahrungen und wächst als Charakter. Puschel lernt durch ihre Erfahrungen und wächst als Charakter.